Ich fange schon mit Vollgas an, weil ich kann gar nicht anders. Wir haben uns alle gefreut, wieder zu starten. Wir haben die Gelegenheit, heute auch den ein oder anderen 17-Spieler mit einzubauen, weil wir natürlich auch den ein oder anderen Spieler haben an Profis oder 23. Da freue ich mich drüber, da kann man vollständig drauf gucken. Die haben das echt gut gemacht, es hat Spaß gemacht. Das Ziel ist, dass wir noch mehr Spieler ausbilden können für unsere Profis-Mannschaft, im Zweifelsfall unser U23 dann auch oder wo andere Profis-Mannschaften. Ja, und dann wollen wir natürlich in die drei Wettbewerbe, wo wir letztlich auch erfolgreich waren in allen drei, spricht die U-League, Meisterschaft und DFB-Pokal. Da wollen wir in alle drei Wettbewerbe so weit kommen wie möglich. Das ist ein Schwitzband. Das ist ein Schwitzband. Das ist ein Schwitzband. Ja. Und Wismar. Komm, eine Mannschaft auf jeden Ballverlust, sofort Wechsel, eine läuft durch, die anderen drei gehen in der Mitte rein. Keine Pausen, wir sind die ganze. Ja, ja, die hat er noch. B unmöglich. Ja, drehen, komm! Ja, drehen, komm! Gut so, brav, drehen, komm! Komm, komm, komm! Brav, Junge! Drei, drei, drei! Drei, drei! Ich fange schon mit Vollgas an, weil ich kann gar nicht anders. Aber wir haben schon die Belastungsteuer vor Auge und ich glaube jetzt nicht, dass Jungs so müde sind nach dem Training heute. Aber wir fangen jetzt mit unserer Basis an. Heute haben wir was gemacht, schon heute im taktischen Bereich gegen den Ball. Ich starte gerne früh an den ersten Tag mit taktischen Sachen, weil der Vorweisung ist auch nicht so lang und dann geht der Schlag auf Slav mit englischen Wochen. Und ich bin zufrieden mit der Einheit.